Ein gebrauchter Land Rover Range Rover Evoque ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 57.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Panoramadach, Xenonscheinwerfer, elektrische Sitze und noch vieles mehr. Das Neuangang-Automatikgetriebe überträgt eine beachtliche Leistung von 190 PS. Auf 100 km liegt der angegebene Verbrauch des sparsamen Diesel bei 5,7 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Ancheible Ancheible food ent